Nennt ein Tier, das einem Auto seinen Namen gibt? Ich würde sagen Manta. Was ist denn das für ein Tier? Manta-Raum. Peinliche Aktion von Eddie auf jeden Fall, die Rückfrage. Wir gucken mal. Ich bin Taucher, du kannst mich alles fragen. Ist nicht so dein Tier. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass Manta ein Tier ist. Naja, also das sind halt diese... Diese graziösen mit den... So macht man das irgendwie nach. Seid ihr sicher, es ist die Manta... Steve Irvin wurde doch... Manta-Raum. Manta-Raum, ja. Das ist halt ein Rauchen. Ist ja auch eigentlich eine unnötige Diskussion, weil es halt einfach ein Manta-Raum gibt. Was ist für euch das Nummer 1, sagen wir mal, Gericht an Silvester? Manta. Ja, Manta-Raum. So einen guten Manta-Raum.